Ahoi! Ich habe ne Menge Anker-Starker-Rezepte mitgebracht. Hunger? Film ab! Blaubeers Kuriose Korbüsenküche Willkommen in meiner KKK, in der kuriosen Korbüsenküche. Heute koche ich für euch eine richtig leckere Tütensuppe. Wir benötigen dazu eine frische Plastiktüte, eine nicht zu große Papiertüte, zwei junge Filtertüten, eine unverbeute Flüstertüte, eine Großmutter und einen Assistenten. Und so wird's gemacht. Die Tüten einfach nacheinander in einen Topf werfen, Wasser drauf und das Ganze kochen. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. So, jetzt nehmen wir den Assistenten und lassen ihn mal probieren. Nö. Doch. Seht ihr, jetzt wissen wir auch, warum so viele Menschen keine Tüte haben müssen. Zum Schluss nehmen wir die Großmutter, rufen sie kurz an und laden uns bei ihr zum Essen ein. Denn da gibt's wenigstens mal was Anständiges. Tja, und das war's auch schon wieder aus Blaubeers kurioser Korbüsenküche. Nächste Woche zeige ich euch, warum man bei Dosensuppen die Dosen nicht mitessen sollte. Also, bis dann! Ähm, das war's Blaubeers kurioser Korbüsenküche. Ein Podcast von WDR.de Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.